Wer schon immer davon geträumt hat, einmal mit dem MGS-5-Charakter Quiet unter die Dusche zu steigen, hat nun die Möglichkeit dazu. Das ist auch nicht weiter schwer oder knifflig, benötigt jedoch eine wichtige Voraussetzung. Das Beziehungslevel mit Quiet muss auf Maximalwert sein. Habt ihr dies erreicht, müsst ihr nur noch eine beliebige Mission mit Quiet angehen und mehrere Tage in der Mission ausharren. Ob in einer Mülltonne oder draußen in der Wildnis, ist dabei völlig egal. Snakes Zigarre hilft übrigens dabei, die Zeit schneller vergehen zu lassen. Sobald die Fliegen über Snakes Kopf zu sehen und zu hören sind, heißt es Rückflug zurück zur Mother Base anordnen und Dusch-Szene genießen. Viel Spaß! Willkommen zurück, Boss. Another successful mission. Great to see you safe, Boss. Snake, you stink. you Oh man, a lot of this is great. Untertitelung des ZDF, 2020